Das finde ich irgendwie... Weiß ich nicht, wie ich das finde, dass hier Söldner rumliegen. Ich befürchte ja, da wird gleich irgendwas passieren. Haben wir alles da? Aufnahme läuft? Ja, gut. Was ist denn jetzt? Warum? Wer stört denn? Ach, er stört. Okay. Oder er, je nachdem, wie du das siehst. Warte kurz, ich würde gerne... Ah, er ist hier unten angekommen. Okay. Gut. Den hätte ich wahrscheinlich erst mal gekillt. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, er lebt noch. Ich habe da mal eine andere Frage. Würde das hier nicht mehr Sinn machen? Ich habe ehrlich gesagt keinen, keinen Plan. Wir werfen mich hier mit Granaten. Was ist denn los mit euch? Legst du jetzt nach oder was ist jetzt dein Ziel? Was hat denn der für vor? Was hat denn der hier vor? Könnt ihr das mal lassen? Das finde ich alles nicht so... Das finde ich alles nicht so gut. Warte mal, da geht es aber bestimmt irgendwie hoch. Oh. es geht mir nicht alle auf den keks ich mache das jetzt mal ganz ja das sehe ich auch dass ihr das seid das geht mir ganz schön auf den sack ja ist es jetzt endlich tot meine güte das war ja ganz schön ganz schön nervig die jungs aber ich gehe jetzt mal davon aus das war noch nicht alles also wäre jetzt irgendwie komisch ja ich mache doch nicht gerade langsam oder ich weiß etwas die frau immer hat stresst mich immer total die stresst mich immer total mit ihrem mit ihrem druck da drüben ist irgendein medipack und dann müssen wir jetzt immer weiterlaufen muss ja bestimmt das ist bestimmt ein weiterer weg jetzt so viel war ganz gut ich refinanziere mein schiff gerade will ich die lagerkiste knacken ich habe keine ahnung bringt mir das was ich das ist eine frage das was bringt das sehen wir dann wenn es soweit ist würde ich sagen zeige ich mal hier die nehmen vielleicht und was war jetzt drin ein helm und helm und schiss da liegt ein gifter rum und nödie pack trauma sache schöner schöner kram hier passiert bestimmt nicht wieder irgendwas das sieht schon so verschachtelt aus hier das sieht irgendwie so aus es war klar wo sei doch denn wie fragt mich vor woher geschossen wird ich bin mir da nicht so sicher dass wirklich das dass es was passieren wird aber nerven ganz schön das war überraschend dass da jetzt irgendwie so ein viel steht was muss ich glaube ich bin da mal da drüber du ich bin mir nicht sicher aber habe ich sie nicht gerade hart gegeben warte mal scheint so als müsste ich da rauf das ergibt doch jetzt okay ergibt das sinn wenn ich da hoch muss naja das ergibt sinn wenn man da durch geht also hier liegen sachen rum was haben wir dann da munition ein tako den könnte ich mitnehmen aber gut von einem tako habe ich jetzt wahrscheinlich nichts dann biegen wir mal hier ab ah ja hier da da haben wir irgendwas mit essen ich habe jetzt irgendeine karte für irgendwas mitgenommen ah ja da hinten die tür okay dann lande ich da mal kurz dann hüpfen wir mal hier drüber der ist aber ganz schön ausgeblutet der kollege hier oder die kollegin das finde ich gar nicht mal so gut gut das haben wir auch mal mitgenommen dann müssen wir jetzt wo müssen wir jetzt hin hier runter ne dann geht es jetzt hier rein okay ich verbinde mich mal weil ich halt glaube dass das hier unten drinnen zu romantisch wird ist zweifelhaft ich folge einfach mal der spur der verwüstung was liegt da das nehme ich mal mit was haben wir da ein tako ich dachte das ist was was mir beim schieße hilft vielleicht bisschen alkohol das könnte nie das kann nie schaden ich will keine safes knacken habe ich gar kein interesse daran eine drum bell bietet okay kann ich das was ist denn da geh weg da uschi du störst ah da hinten soll ich hier einen moment wie geht denn das hier liegt ein total verdrehter kollege rum wenn ich hier lang gehe bin ich da richtig ich habe keine ahnung hier liegt auch ein total verdrehter kollege rum ich probiere mal hier mein glück man wird hier nichts blau mit wir waren das mal so dann haben wir ein dreier und dreier habe ich aber eigentlich gar nicht dann gehen eigentlich nur zwei aber den ist es nicht die adi gehen alle nicht gehen alle nicht der war vielleicht ein bisschen falsch wir könnten zwar hier mit probieren da haben wir den aber das geht auch nicht acht leute das mit auch zu doof ja hab ich ging drauf lass das muss ich überhaupt da durch geht es bestimmt noch rein ja da liegen die triche das ist okay das nehmen wir mit tako da gehen noch mal was denn hier geht es auch nur mit lehrling habe ich gehen kein interesse wenn ich gekommen war dann gehen wir mal hier rüber hier ist ja auch nicht hier geht es auch nicht durch ich hatte jetzt eigentlich ein bisschen hoffen dass man da irgendwie durchkommt aber gut ich guck mal alles rein ob es dietrich sets gibt eventuell brauche ich davon ja noch 250.000 da haben wir den herr nickelby dem brauche auch keine wasser essen brauche ich mitnehmen das ist das mit man amt das kann man mal machen sind noch mehr spinte wir fangen hinten an ach doch auf den laden schere brauche ich nicht gut da geht es dagegen hier ist noch so das war wichtig weiter geht es hier nicht okay wir über kontrollieren die sache warte hier sind hier unten das ist der anfang vom spiel das ist interessant dann gehst du hier glaube ich lang und dann ist genau das was ich jetzt mache also dann gehst du zu dem stein und baust ja dein erstes ding ab interessant 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 ich habe irgendwie das gefühl oh was ist denn da los ich weiß nicht was los ist aber es ist auf jeden fall nicht nett warte kurz ich weiß nicht aber es ist ganz normal um Gut, hier haben wir schon mal die, ich glaube, die Geschütztürme soweit ausgeschaltet. Ich arbeite doch schon dran, dass ich hier alles kaputt schieße. Ja, ich auch, weil die jetzt trotzdem nicht rum. Warum? Passiert doch gar nichts gerade. So, warte mal. Da soll ich hin. Die Fertigungsanlagen nehmen zügig Gestaltern. Aber da wir hier nur Personal der Omega-Klasse einsetzen dürfen, müssen unsere Geheimhaltung verpflichten Leute, die manuelle Arbeit machen, weil wir keine Auftragstechniker einsetzen können. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, Fragen zu stellen, aber hier werden eine Menge Credits verbrannt. Also hoffe ich, dass wer auch immer die Rechnung zahlt, damit einverstanden ist. Wären es meine Credits, würde ich mir einfach einen Privatresor kaufen und den ganzen Tag lang Chandra Pinot Noir schlürfen. Modell A, Roboter-Modifizierte Verkleidung, Achtung, alle Remote-Operationen mit dem Hauptrechner im Bewohner des Aufsehers verlinkt. Die Roboter-Steuerung, Befreund-Feind-Erkennung, Kampf, Entfernen, zurück, Schütztürme, Entfernen, alles klar. Ich wollte eigentlich nur den Credits-Haufen mitnehmen. Und hier ist ja dann auch noch Minen und irgendwas mit Munition. Ja, nimm die Cola wegen mir noch mit. Und dann müssen wir mal hier, da, Notfall-Kit. So explodiert hier noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir mal hier gucken, ne? Ist die richtig? Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Es sieht nicht so aus. Warte hier lang. Jetzt auf der Seite. Hier auf der Seite gibt es auf jeden Fall noch Zeug. Dann gehen wir mal hier lang. Äh. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Wo muss ich denn jetzt hier weiterlaufen? Bin ich... Bin ich... Bin ich doof? Ist das oben? Hier unten kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Hier drüben? Und die wollen, dass ich da hingehe. Also hier. Okay. Die Tür müsste dann dafür vielleicht auf, ne? Gibt es hier irgendwo eine Steuerung hier vorne vielleicht? Es sieht jetzt nicht unbedingt zwingend danach aus. Aber das sieht aus, als müsste es da durchgehen. Okay. Ich gehe mal hier rüber. Und gehe nochmal... Oh, was gibt es denn da noch? Gibt es noch irgendwelches Zeug? Ich nehme das halt mit. Und dann gehen wir mal kurz hier oben gucken, ob ich da vielleicht irgendeinen Schalter übersehen habe. Irgendwas schießt hier. Ich weiß schon nicht was. Habe ich hier eventuell irgendwas vergessen? Also... Rein praktisch gesehen nicht, ne? Irgendwas hat hier geschossen. Ah, du warst das. Das liegt vielleicht daran, dass ich hier durch muss. Da sieht es aus, als hinkbar was an der Decke. Ich gehe davon aus, dass dieser Reaktor die primäre Energiequelle der Anlage war. War was wertvolles dabei? Nein. Ich nehme ja das Ding mit. Was haben wir da? Briefbeschwerung. Mach alles auf. Hol alles raus. Reddits. Geht hier weiter. So, und nicht Toter rum. Ja, destilliertes Wasser dabei. Okay. Was gibt es hier? Space Trucker. Anzüge. Dann... Dann weiter. Hier ist ein Computer. Kein Zutritt. Dieser Sektor gilt Protokoll Ultraviolett. Niemand geht da rein. Die Höhle. Von dieser Höhle war im Briefing keine Rede. Es gibt dort Strukturen, Commander. Ich weiß allerdings nicht, ob sie von Menschen gebaut wurden oder von... Aliens. Ich habe schon zwei Aufklärungsteams und ein Rettungsteam verloren. Wir können es nicht mal riskieren, die Leichen zu bergen. Ich riegele diesen Ort gemäß Protokoll Ultraviolett ab. Es muss sofort ein Kurier zum Kunden geschickt werden. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Ach, das klingt ja hervorragend. Das klingt ja ganz fantastisch. Das klingt ja so, als hätte ich darauf gar keinen Bock. Und ich darf bestimmt jetzt bei meinem Talent da reinrennen. Da ist doch schon der Anomalie. Dann betrete ich die mal. Oh, jetzt sind wir hier beim... Beim Sergeant. Ach, du Heiland. Du verdienst das letzte Artefakt nicht. Das Leben, das du führst. Du stielst. Bist opportunistisch. Lügst. Interessant. Das ist unfair. Ich hätte für das aktuelle Artefakt bezahlt, wenn du mich gelassen hättest. Die Allheit wird mehr von dir verlangen als nur Credits. Du denkst, du hast ein Recht auf die Unendlichkeit? Du bist nichts. Wachen! Das war dein letzter Fehler. Aua. Muss doch sein. Mal ehrlich jetzt. Ich weiß ja nicht, was das jetzt sollte. Verlasse die Anomalie. Das mache ich. Betritt die Anomalie. Hä? Okay. Okay. Ah, vielleicht hier. Das könnte hilfreich sein. Ah. Weiß nicht, ob ich hier rein will. Ach. Das sieht schon ein bisschen schön aus hier. Ich nehme ja besser eine Splittergranate mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Hier haben wir noch einen Helm vom Navigator. Bisschen Munition. Betäubungsmine. Traumapack. Okay. Und dann fahren wir Fahrstuhl oder was? Oh, dann gehen wir halt in die Höhle. Bisschen sjuschen. Ja. 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 Ja.